Der Staatsbesuch von US-Präsident Barack Obama in Südafrika geht heute mit einem Trip auf die gefangenen Insel Robben Island zu Ende. Dort war der frühere ANC-Chef Nelson Mandela jahrelang inhaftiert. Obama will vor der historischen Kulisse von Robben Island die wichtigste programmatische Rede seiner achttägigen Afrika-Reise halten. Bei einem Treffen mit Studenten in Johannesburg lobt er die Entwicklung die Afrika in den vergangenen Jahren genommen hat. Es gibt extremistische Gruppen, die weder zu Kompromissen noch zur demokratischen Zusammenarbeit bereit sind. Das müssen wir realistisch sehen. Wir wollen aber eine Partnerschaft mit den afrikanischen Staaten und wollen feststellen, wo wir helfen können. Aus Rücksicht auf den Gesundheitszustand von Nelson Mandela verzichtete Obama auf einen Besuch am Krankenbett. Stattdessen traf er sich mit Mitgliedern der Mandela-Familie zu einem rein privaten Treffen.